Und damit herzlich willkommen zurück bei Left 4 Dead 2. Ja, quasi in der zweiten Kampagne. Und eben hat es noch extremst geregnet, jetzt hat sich das anscheinend wie von Zauberhand gelegt. Und wir nehmen uns die Zombies direkt wieder vor. So, du stirbst dann bitte auch, jawohl. Schauen wir mal, ui, hallo. Oh, 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 okay, das sind ein paar mehr. So, wir können von drinnen so durch, dass es ein bisschen schneller geht. So, genau, da haben wir gerade schon geschaut, da kommen wir nicht weiter, hier auch nicht. Ach, komm, das gibt's doch nicht. Hallo? Volker sagen, möchten die den vielleicht mal von mir runterholen? Ja, ich hab auf dich geschossen. Falls ich nichts gesehen hab. So, hier waren wir noch nicht drin. Okay, du bist auch komplett hinüber. So. Bier. Bier ist immer gut. Schauen wir mal. Kriegen wir hier ein Bier? Bier. Du brauchst auf jeden Fall keins. Dann nehmen wir dich mal lieber, genau. Aber Bier scheint es hier keins zu geben. Okay, hier geht's dann auch anscheinend auch direkt weiter. Oder auch nicht. Mal gucken. Nee, das scheint mir mehr ein Hinterhof zu sein, oder? Ja. Okay, hier geht's doch nicht weiter. Äh. Da müssen wir lang. Okay, jetzt haben wir uns eh schon wahrgenommen. Wir müssen jetzt mal rumprobieren, wo wir hier hin müssen. Wo ist der Smoker? Da hinten. Da hinten. Na komm, den will ich jetzt aber noch kriegen. Oh, jetzt kommen wir da... Jetzt kommen wir da nicht wieder hin. Na gut, dann nehme ich jetzt auch einfach mal an, dass wir sowieso hier lang müssen. Jawohl. Jetzt will ich den Boom machen. Jawohl. Seht ihr, genau deswegen wollte ich den... das Smoker eben eigentlich schon kriegen. Weil's natürlich absehbar war, dass... der wiederkommt. Oh, was ist denn los? Wommer erwischen wir ihn, die so schlecht im Moment? So, hallo. Was haben wir hier? Ein Adrenalin. Adrenalin, okay. Hey, ich bin der... Waffe... Na, ich behalte mal lieber die Axt. Die Axt, die finde ich doch besser, weil die Pistolen, weiß nicht. Finde ich persönlich nicht so mega. Da macht die Axt dann eben doch deutlich... mehr Spaß. So, hier... Hey, wir suchen uns die Locker. Huf. Hey, ich bin da. Da hat das Spiel einmal kurz gehakt. Okay, gibt's hier noch irgendwas vermutlich nicht, oder? Nee. Ich hoffe jetzt auch nur, dass wir hier oben überhaupt richtig sind. Ach, guck mal. So, was haben wir hier? Ja, hier hat doch grad irgendein Spitter gespuckt. Die Frage ist nur, wo? Da. Ja, dann heil mich doch. Ja, dann kreimen wir uns die erstmal alle. Ach, die stehen da sogar wieder auf. Mensch. Jetzt aber... Ach, komm. Der kriegt mich jetzt am besten auch noch. Genau. Jetzt hat Coach den auch noch... Na, komm. Wir beschweren uns mal nicht. Was ist das? Pillen, wie aufmerksam. Danke. Oh, ja. Ach, sieh an. Und dann können wir uns da direkt mal heilen. Ich hoffe jetzt nur, dass uns nicht... Das Päckchen weggeschnappt wird. Okay. So, nehmen wir mal den... Die Mini-MP. Okay. Da ist nur Witch. Wir gehen einfach schnell vorbei. Dann ist auch alles gut. Okay. Ging auch ganz schnell. Zack. Wunderbar. Ja, ja. Der Hunter ist ja wieder irgendwo unterwegs. Okay. Schon mal mal was in der Kiste. Was ist da drin? Pillen. Sehr gut. Pillen kann man immer gut gebrauchen. Achse haben wir schon. Da. Hallo. Na, prügelt ihr euch etwa? Das ist ja... Ach komm. Oh, und weg, weg, weg. Das die sich nicht selber verätzen, ist ja irgendwie auch schon fast ein Wunder. Fred Ferkel. Oh, wir haben jetzt sogar mal einen richtigen Mitspieler mit dabei, der die Rochelle übernommen hat. Der Fred Ferkel. Bam. Da ist der Boomer. Hey, ich bin reloaded. So, dann. Hey, Nick. Da ist mein Leiter, sehr gut. Weiter, 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 hopp, hopp, hopp. Oh, ja, das mache ich auch. So. Ich weiß jetzt schon, wir werden hier garantiert wieder einen Alarm auslösen. Ach, natürlich kommen wir da nicht hin. Ja, ja, ich folge dir, ich folge dir. Sehr gut, da ist mir Leiter. Zum Schutzraum, dann sind wir gleich schon wieder da. Das ist ja der Wahnsinn. Hopp, 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 rauf. Ich höre sie zwar, aber ich sehe hier nirgendwo jemanden. Da sind sie, ne? Ja, Nick, bewegt dich halt. Wir warten alle nur auf dich. So, ein bisschen mit der Axt um uns schlagen. Okay. Wollte ich eigentlich gerade kriegen, aber gut. Weiter, weiter, weiter. Sehr gut. So, Hauf da, weiter. Wieder zurück an die Oberfläche. Bäm. Und ab in den Schutzraum. Ja, Junge, Sitz kommt her. Sehr gut. Sehr gut. Passt. 133 haben wir gekriegt. Also mehr als doppelt so viele wie beim letzten Mal. Witch Hunter, okay, haben wir jetzt nicht so viele gekriegt. Und was zeigt uns als nächstes? Nahkämpfer A42. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Level. Meine�분 ist es, wir sehen uns. Dann kommt's und dann geht's. ah Yes. Maschinau. Wir sehen uns. 妄会ate. Danke. Wir sehen uns. Das ist, wie der Endowment. Es hat Anyways. Daigshaus.